So Freunde, nach der Show, Harry, nach der Show, yeah, mach's. Also, ich bin ja gerade aus dem Kartenhaus raus, Nasen-OP mal richten lassen, damit ich endlich mal schön aussehe. Hat nix genützt, ne? Aber die Show war trotzdem geil und die Weiber stehen alle schon draußen und wollen meine neue Nase sehen. Ja, alles für Harry. Wirk, liefernst du die Show? Ich hab die Weiber bezahlt, dass sie alle wieder gehen. Hast aber nicht viel Geld ausgeschrieben. Nee, das war doch nicht viel. Die Show muss geil gewesen sein, weil Charlie hat zum ersten Mal uns einen Trink gemacht nach der Show. Ja, das erste Mal, ja wirklich, wir arbeiten schon wie lange gemacht? Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit 2008. Boah, 2008, so lange kennen wir uns schon. Boah, und das war heute das erste Mal ein geiler Sound. Heute war geil. 2008 war die Finanzkrise, seitdem ist Charlie noch erst. Nee, wir haben heute wirklich, George hier vom Wintermaster War gesagt, geiler Sound, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Hammergeil. Deshalb gerade der auch direkt unseren Sound, Jackie, fertig gemacht, der Charlie. Jackie, ich hab auch meinen hier. Freunde, ist das geil. Das ist so wie nach, das ist richtig geil, so nach dem Kirchgang. Man ist richtig erlöst, die Show war geil. Man hat's hinter sich, jetzt kommt der Jackie, ne? Geile Scheiße, ne? Okay, Stefan hat schon vor der Tour eingetrunken, vor der Show eingetrunken, vor der Tour hat er auch einfach vor der Show, ne? Ja, und der Giert, der macht jetzt das, was er immer macht, ne? Ihr seht, ihr seht, was er tut, eigentlich nix. Also, die Stimmung schwappt über, Freunde. Na ja, vielleicht mach ich gleich noch ein im Hotel, aber jetzt im Moment müssen wir es erstmal wieder anziehen und trocken werden, ne? Haut rein, schönen Tag noch, tschüss.